fast ja um facebook noch mal ein bisschen zu zwickern hatten wir heute irgendwas noch mit one your rng oder ist da morgen bis jetzt noch nicht da ist jetzt noch nie ich weiß ich kenne die liste nicht aus dem das ist etwas überliebt haben wir verlassen und wir verarschen ach du scheiße nein ich bin alle jetzt ist so ein abkartig sicher was hier drin ist ach das ist hier so ein das ist hier so ein scheiß von solchen leuten die ihre dings hochpushen wollen ja blöde dass es uns bringt wenn man nur schießt man nicht mit waffen schießt man alle nur mit diesen alien dings wie viel dass sie alle geschockt werden einfach von diesen barrikaden dingern das ist witziger hat er kann doch nicht nur schocker geben wieder fliegen wir nicht weg wir sollen ja dagegen die zinger fliegen ach so aber trotzdem mit granaten das war das wenn gerade ja ich höre es er ist da gerade reingefallen natürlich näher zu verbrannt ja kanadengleich feuer hier gibt es da unten drin ja lass mich mal ich bin nicht drücken ich war weg da ganz ehrlich ihr versteht, ihr kostet jeden Spaß du genauso da oben Junge das ist egal ah das hat sich ja super gelohnt ja und ja und ja warum trotzdem keine Kids ich sehe es jetzt ich sehe es jetzt schon kommen und Kev lädt das hier hoch bei sich auf dem Kanal ihr könnt ja nur cheaten ihr könnt nur mit so einem Scheiß hier wir haben das aus dem Social Club runtergeladen das ist euer Müll den ihr her erstellt hier euer Cheater Müll das ist irgendwie das ist ja nur das ist farben das ist einfach nur rp form hier das ist cheaten ich glaube das wird der schnellste dings heute sein ja aber da kann ich gleich mal kurz ich gehe ich gehe mal hier runter da kann ich mal kurz auf die nette gehen das ist so so ein rotz so ein Müll hier ist eine gute scheiß hauspause hier so ein cheater scheiß hier so ich bin mal kurz auf kevin schießt schießt ihr ja alles runter ach du willst die Kills haben Enrico machst du ohne damit Kevin ist gestorben ja ich bin da runtergefallen aber ich hab mir die auch mitgenommen ich wollte eigentlich gar nicht da runter warum auch immer der eigentlich da runter springen scheiß auf die kids wenn ich ehrlich bin ich hab gar nichts gemacht Kevin ja weißt du alle 0 0 0 Sven der holt sich alle kills die Runde ja Enrico ne warte mal wollen wir jetzt alle mal runter gehen ich hab sie bringt das Sinn Warte mal Enrico kommt Stopp Kevin zu spät also noch ein paar da alles gut sehr schön ach man du seid ihr tot weil wir es können du hast ja eh die meisten kids wir haben alle 0 0 0 da brauchen wir nichts machen ich hab jetzt gar nichts gemacht der Markus ist nicht da ah ne du bist auch noch da ja was auch das ist jetzt wirklich mal mit den automatisierenden arbeiten wirklich die Granaten wegkacken ja und so ich bin wieder da ich habe ja nichts verpasst nee wir haben uns beschlossen wir machen jetzt keine Granaten wir machen mit dem Automatisierer ja und zwar jetzt durch wenn wir automatisieren hat und Enrico schon irgendwo recht komm automatisierer automatisierer oder die elektroschock oder was auch immer aus aber jetzt habe ich habe nur den schocker denn nämlich so was ja bisher wird bis jetzt mal der blöde granate ist das zwei doch dann spielst du jetzt zehn minuten bist du durch warum bist du jetzt gestorben ich vermute dass ich die druckwelle abgekriegt hat von dem ding meine eigene das kann ich mich haben sie die kids sind eure meine damen und herren die kinder wenigstens krieger mehr als mal 0 sind wir sind alle tot das ist doch dumm wir machen also ich glaube die folge das sind das sind spiele wo man sagen kann ja ihr habt ja das nicht war alles gut passiert es war jetzt an die dummen kommentare nicht die ja die kriegen wir sowieso jetzt aber mit dem ding jetzt auf jeden fall aber gesagt noch mal ich mag was er schon gesagt hat das ist keine weg das ist einfach nur mal vor dem social club gezogen und einfach mal wir probieren es einfach mal aus genau dann fällt man halt manchmal auch so auf so ein farming cheater motor scheiß rein also jetzt bis zweit mal witzig aber es war jetzt nichts besonderes sagen wir mal so so weil es das ist ja nicht noch hinterher an der folge und dann ist gut du musst doch nicht alles hochladen kann man bei holen ich lag schon hoch alles hoch das ist kein problem passiert und dann gucke ich noch beim mark nie so bin ich wieder mit kein wenn sie sagen ja ich frage mich da frage ich mich auch du bist doch immer mit kevin zusammen ich dachte ihr seiten pärchen ja eben der mark ist das so traurig dass ein rico abgekriegt hat und ich baby ja und warum stehe ich jetzt bei den gegnern auf der seite dass das für ein rotz das ist aber okay das wäre jetzt ein bisschen als sie gewesen wenn wir dort was gleich haben wenn wir gleich mal kurz in bedenkt haben dass zumindest einer sich ein bisschen verziehen kann der beim gegner sport damit wir das einfach mal vernünftig spielen da hat es eigentlich verprügelt du hättest mich schützen müssen nein das ist ein liebchen laden ja da wird das oder hätte eine riesige deutschland flacke ja 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 frankreich verlag aber ich ja auch von mir ja auch frankreich ist wo jetzt hälfte macht sie dann die mittel ist wieder so dumme und ach jetzt haben sie sich gefunden jetzt trauen sich nur nicht mehr weg ach doch ja das ist ja jetzt das ist das ist kein ds mit wir machen es jetzt so markus wenn du jetzt wieder bei uns gesprochen was man sich auch vorweg rufen vorgarten sagen dass wir markus jetzt mal zu den rico laufen sonst ist es nämlich zwar sie ja genau wir kommen das ging jetzt ein bisschen schnell gut wenn es gleich weiter seit seiten jetzt wahrscheinlich einer von euch bei uns ja das ist jetzt erst mal denjenigen der damalige vielleicht was ich sage eigentlich ganz lustig auch so von oben in dem bild was man im zustand gesehen aber wenn man dann noch so die spornpunkte verkackt hat das trofe es ist auch besser geworden jetzt habe ich ja so eine phase muss ein bisschen schlechter wird wieder das war aber echt mal gut geworden jetzt ist keiner von euch ja ok komisch passt das ok dann können wir es doch relativ normal weiter spielen gut wo ist da kevin weit weit weg von hier schon kann sein dass sie da stehen warte pass auf das könnte seit ich sie da rauskommt habe ich packt was eigentlich war tatsächlich doch hast du gekillt das so du hast keine weide beide aber kenne mich gekillt und gleichzeitig markus und ich hatte noch 75 rb bekommt für jetzt wie ein kehrer also keine ahnung ich dachte mir ich hätte jetzt nur markus mitgenommen was was mir gerade mal auffällt gerade das gerade bei der mädchen nachteilig ist du kannst hier nicht die schulter wechseln das heißt wenn du rechts rum kommst du kannst nur du guckst du bist bis bis auf dich ziehen kann guck ich immer noch auf die wand und du siehst mich aber schon was ich meine du kannst du beim anderen spielen kannst doch von links nach rechts wechseln dass der die dass wir die wachen alles rum hält ausgeht ja hier nicht wie macht man das denn das kenne ich noch bei rainbow six glaube ich geht das bei sieg aber die idee kam ja nicht an das wäre mal so ein kleiner vorschlag von mir gewesen mal auf dem anderen shooter zu gehen das heißt ja war nicht dass man es nicht spielen kann kann es halt noch nicht mit jedem spielen da muss hat man dann eine spontane runde mit denen machen wieder spielen ja wie gesagt ich war eigentlich allgemeine frage und das ging auch sagen ich habe ja gestern amt auch spontan mit 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 dings zusammen wir sind ja nicht gebunden nur an sonntag nein wenn da irgendwer auch spontan mal bock hat klar gerne warum nicht bin da gerne dabei bewegt sich wieder keller weg vor allem ich finde das immer so geil eure kommentare steht selber still auf einem fleck ist bewegt sich wieder mal keiner schon da raus ich habe ein bisschen was bekommen eigentlich so und auch mit dem kopf geschossen ok ich habe die jahre also ich habe schon gesehen aber nämlich dass du mich dass der da irgendwie treffen kann also das wahrscheinlich an der blinken kühl gehabt die fette bluchlaucher von dir jetzt auf dem boden alter tschau maugus was machen wir das problem ist kommt von der kiste nie weg weil er hätte so komplett freie schlussbohrn da haben genau das war das problem bei mir da habe ich wie gesagt ich finde das so geil wenn ihr euch selber stillstehen so beschwert dass alles steht ja schon da war endlich wir haben alles gut ist halt manchmal manchmal muss halt genau so arbeiten ist jetzt kennt man alle so wie ich alles sehr schön tous sinnen alles es 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 es